Moin miteinander, Schmidi wieder hier. Willkommen zu meinem Guide für das wahnsinnig perfekte Relikt in dem Level Roadtrip. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Egal. An der Stelle nehmt erstmal diese sechs Kisten hier mit, springt ein bisschen auf. Ja, anders geht es halt hier natürlich nicht. Sonst nehmt ihr euch was von dem TNT-Paket mit und das wollt ihr garantiert nicht. Hier finden wir sogar schon Hinweis zum nächsten, ne? Bunten Edelstein. Aber erstmal gehen wir ja davor. Wahrscheinlich ein Bereich, den die wenigsten erkundet oder gesehen haben, weil man dachte, naja, im Wasser ertrinkt der coole Crash. Darum gehen wir da nicht hin. Hier kurz zurück. Wird auch gar nie übersehen. Diese drei Kisten, die da waren, sind die mit hier. Erster Checkpoint. Wenn ihr nach diesem Checkpoint, also nach Passieren davon 22 Kisten geschrotet habt, habt ihr alles richtig gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Wir fahren vor Ort. Okay, das meiste von diesem Level, beziehungsweise viele Kisten zumindest, werden für einen übernommen. Nämlich von diesem großen Truck, der am Ende hinter einem herfährt. Hier habt ihr kurz gesehen. Tut mir leid, ich bin wenig mit den Checkpoints vertraut. Aber ne, was soll's. Ihr seht ja selbst. Ihr habt ja Augen im Kopf. Hier könnt ihr ruhig die Nito-Kisten vorher aktivieren. Ihr braucht nicht vor Ort runter springen und ja, quasi per Bauchklatscher diese Käfig-Kisten, nenne ich die ganz gerne, zermatschen. Es geht auch anders. Ihr könnt auch erst die Nito-Kisten aktivieren. Dann diesen Auslöser an der Stelle. Dann haut ihr die kaputt. Ja, könnt immer noch drüber durchrutschen. Macht einen Doppelsprung. Viel mehr Höhe. Dann die letzten drei Kisten mit. Hier ganz wichtig, vielleicht ein bisschen Abstand. Sicherheitshalber gehen wir auf diese Kiste zurück, damit uns die Explosion vom TNT nicht schrotet, nicht tötet. Ja, und letzten Endes, nach Abschluss dieser Bonus-Stage, solltet ihr 58 Kisten zerstört haben. Ja, bei denen müsst ihr hier ein bisschen aufpassen. Aber naja, kriegt da hin. Ist jetzt nicht unbedingt ein super schwieriges Level. Ja. Nächster Checkpoint. Wir machen kurz einen Check. Nach Passieren dieser Kiste solltet ihr 67 Kisten zerstört haben. Hier kurz aufpassen. Hier gibt es ein paar Flammenwerfer. Nicht, dass er sinnlos reinspringt. Ja. Hier nochmal eine Kiste, die er mitnehmen soll. Auf der Seite natürlich auch. Ja. Achtet ein bisschen auf Timing, was eure Sprünge angeht. Und dann soll es eigentlich kein Problem für euch darstellen. Nächster Checkpoint. Hier sind wir schon bei 70 Kisten. Quasi gut über die Hälfte. Aktiviert das TNT. Nein, ein bisschen geduldig müssen wir schon sein. Ja, ich kenne das. Absprünge, Seile, etc. Okay, ab jetzt wird der Phasenwechsel eine Rolle spielen. Hier können wir einmal links hoch, hier in der Luft wieder wechseln und dann direkt zurückspringen. Ganz wichtig, lasst diese Sprungkiste ruhig auf dem Nitro-Päckchen liegen. Wenn ihr am Ende dieser Nitro-Auslösekiste aktiviert, sprengt ihr das Päckchen daneben sowieso. Deswegen nur das eine da oben mitnehmen, die TNT-Kiste aktivieren. Bestenfalls, wenn das nicht runterfährt. So spart ihr euch ein bisschen Zeit. Und fahrt dann wieder ganz normal hoch. Nach links müssen wir an der Stelle überhaupt nicht. Ja, das, na gut, ja. Sicherheitshalber man kann. Man kommt aber auch anders dahin. Na gut. Hier unbedingt. Links drunter durchrutschen, dann sofort springen und hier hochkommen. Da gibt es zwar nur eine Kiste und einen versteckten Edelstein, die ihr im Grunde genommen gar nicht braucht. Aber naja, die Kiste ist halt notwendig und so kommen wir auch schon zum nächsten Checkpoint. Hier solltet ihr 78 Kisten zerstört haben. Hier warten wir kurz. Hier müssen wir nämlich die Gefahren aktivieren, sprich die Flammenwerfer ein- und ausschalten, damit die uns nicht wehtun. Das erfordert eventuell ein bisschen Timing, aber da kommt man schnell dahinter. Gut, hier habe ich hier habe ich ein bisschen gemosert, hier habe ich ein bisschen gepennt, äh, habe mir ein bisschen Schaden angefangen. Was soll's passiert? Ich will ja immerhin keinen perfekten Run zeigen, sondern wie man es machen kann, auch wenn man an den dümmsten Stellen Schaden kassiert. Um irgendwo zu beweisen, es ist für jeden in irgendeiner Art und Weise machbar. Okay, die vier Kisten mit und dann beginnt auch schon die Verfolger-Sektion. Hier solltet ihr 95 Kisten haben und dann könnt ihr streng genommen kaum noch was falsch machen. Im Grunde genommen seht ihr hier alle Kisten, die geschrotet werden, können, ne? Ähm, ja, allein durch diesen Wumpa-Frucht-Pfad, sag ich mal, habt ihr eigentlich keine Schwierigkeiten dabei zu erkennen, wo ihr lang müsst, um alle Kisten mitzunehmen. Es gibt allein auf dieser Verfolgungsjagd, möchte ich meinen, nur drei Kisten, die ein bisschen schwierig zu erreichen sind. Und selbst die werden euch vor durch Rampen signalisiert. Die müsst ihr quasi im Flug kriegen. Bei denen ist nicht sichergestellt, ob die so durch den Transporter oder whatever zerstört werden. Hier solltet ihr auch 123 Kisten geschrotet haben. Kleiner Hinweis für den grünen Edelstein, könntet ihr diese Tonne da links angreifen. Da kommt so ein Joystick raus. Und den, ja, den wirbelt ihr immer wieder, bis das kleine, verngesteuerte Fahrzeug in diesen Nitro-Vistorant, denn dort ist der grüne Edelstein drin. Hier haben wir es gerade gesehen, so eine Rampe. Wenn nicht sogar die schwerste. Die zweite, ja, das war ganz okay, da mussten wir kaum was machen. Den Rest nehmen wir einfach so mit, ansonsten macht es halt der Bulldozer, der, ne, Bulldozer, Quatsch, der Laster, der uns mit der herfährt, der Monsterstruck ähnliche. Okay, dann durch. Gibt es nichts Besonderes zu erwähnen? Ihr seht es ja selbst. Hier noch die, die, die. Okay, ich habe irgendwie alle mitgenommen. Ich hätte ganz gerne mich übrig gelassen, um zu zeigen, dass auch, ja, vom Laster zerstörte Kisten zählen, aber ne, was soll's. Wir haben es geschafft. Alles gut. Alles in einem Lauf. Wir sind nicht einmal gestorben, haben 80% erreicht, alle Kisten geschrotet, sind nicht gestorben. Nochmal. Und hier das wahnsinnig perfekte Relikt. Viel Spaß damit. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Euer Schmiddi. Bis zum nächsten Mal.